Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben erneut die Schlagzeilen erobert, und diesmal aus einem besonders berührenden Grund. Die beiden beliebten Schlagerstars, die bereits durch zahlreiche gemeinsame Auftritte und Projekte bekannt sind, sollen nicht nur privat zueinander gefunden haben, sondern arbeiten auch zusammen an einem bedeutenden Wohltätigkeitsprojekt T. Diese Nachricht hat die Fans in Aufruhr versetzt und die Herzen der Schlagerliebhaber höher schlagen lassen. Doch während ihre Liebesgeschichte immer mehr an Fahrt gewinnt, gibt es neue Entwicklungen, die für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Vor drei Wochen meldete sich Florian Silbereisen zum letzten Mal bei seinen Fans. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich auf dem Traumschiff und für die neuen Folgen der Orff-Serie zu drehen. Seitdem herrscht Funkstille auf seinen Soja-Elmedia-Kanälen, was die Fans beunruhigt hat. Der letzte Beitrag von Florian stammte aus Island, wo er sich bei den Fans und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft meldete. Jungs, gebt alles und heizt uns ein, hier in Island ist es eiskalt. Grüße vom Traumschiff, schrieb er am 14. Juni. Doch seitdem, nichts. Es scheint, dass die Dreharbeiten auf dem Traumschiff Florian vollständig in Anspruch genommen haben. An Bord des Schiffes befinden sich neben Florian auch weitere Stars wie der Schauspieler Manuel Cortez und seine Verlobte sowie die Shetty, Gründerin Seena Bayadpur. Letztere gab in einer Instagram-Story neue Hinweise auf die Situation an Bord. Zwischenbericht aus dem Krankenlager, dieses gesamte Schiff hustet, teilte Bayadpur mit. Wir haben uns ehlhalber wacker geschlagen, aber gestern war ehlhalber schlimm. Aber heute ist es ein bisschen besser. Ich kann auch schon wieder laufen. Gestern konnte ich meine Beine nicht mehr spüren, das war ehlhalber ein bisschen krass. Ob es Florian ähnlich ergangen ist wie der Unternehmerin? Wahrscheinlich schon. Denn auch der Hauptdarsteller soll sich noch an Bord des Traumschiffs befinden. Wie es ihm geht und ob auch er von dem Bakterium befallen ist, darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Während die Fans sich und Florian sorgen, gibt es jedoch auch gute Nachrichten. Es wird berichtet, dass Florian und Beatrice Egli gemeinsam an einem wichtigen Wohltethigkeitsprojekt Tee arbeiten. Die beiden Stars haben sich dazu entschlossen, ihre Bekanntheit und ihre Ressourcen zu nutzen und benachteiligten Kindern in Deutschland zu helfen. Dieses Projekt hat nicht nur eine große Bedeutung für die beiden, sondern auch für die vielen Kinder, die davon profitieren werden. Inmitten der turbulenten Zeiten und der gesundheitlichen Herausforderungen an Bord des Traumschiffs haben Florian und Beatrice beschlossen, ein Zeichen der Hoffnung und Unterstützung zu setzen. Sie haben gemeinsam eine Spendenkampagne ins Leben gerufen und Gelder für Bildungs- und Freizeitprojekte für Kinder zu sammeln. Dieses Angargument zeigt einmal mehr, wie sehr den beiden Stars das Wohl anderer am Herzen liegt. Während einer kurzen Pause zwischen den Dreharbeiten fanden Florian und Beatrice Zeit für ein Gespräch, das ihre Fans zu Tränen rühren wird. Beatrice, ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erreichen können, sagte Florian mit einem Lächeln, das seine Erschöpfung verbarg. Dieses Projekt bedeutet mir so viel. Beatrice nahm Florians Hand und drückte sie sanft. Florian, es ist nicht nur das ist Projekt, es ist unser Projekt, zusammen können wir so viel bewirken. Die Kinder werden es uns danken. Florian sah Beatrice tief in die Augen. Weißt du, Beatrice, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich nicht nur einen wunderbaren Partner in der Musik, sondern auch in meinem Leben finden würde. Du gibst mir so viel Kraft. Beatrice lächelte und eine Träne rollte ihre Wange hinunter. Florian, du bedeutest mir mehr, als Worte es ausdrücken können. Gemeinsam sind wir stark, und ich weiß, dass wir alles schaffen können. Die beiden umarmten sich fest, und in diesem Moment schien die Welt und sie herum stil zu stehen. Ihre Liebe und ihr gemeinsames Angargument für das Wohltethigkeitsprojekt T stärkten ihre Bindung noch mehr. Die Fans, die von diesem Gespräch erfuhren, waren tief berührt und fühlten sich den beiden Stars noch näher. Die Nachricht von ihrem Wohltethigkeitsprojekt T verbreitete sich schnell und fand große Unterstützung in der Öffentlichkeit. Viele Menschen spendeten großzügig und halfen dabei, das Projekt zum Erfolg zu führen. Florian und Beatrice nutzten ihre Plattformen, und regelmäßig über den Fortschritt des Projekts zu berichten und die Menschen zu motivieren, weiterhin zu spenden und zu helfen. Doch trotz des positiven Echos und der Erfolge des Projekts mussten Florian und Beatrice auch mit Herausforderungen umgehen. Die intensive Arbeit und die gesundheitlichen Probleme an Bord des Traumschiffs forderten ihren Tribut, aber ihre Liebe und ihr gemeinsames Ziel gaben ihnen die Kraft, weiterzumachen. Eines Abends, nach einem besonders anstrengenden Tag voller Dreharbeiten und Meetings, saßen Florian und Beatrice gemeinsam auf dem Deck des Traumschiffs und blickten in den sternenklaren Himmel. Es war ein harter Tag, seufzte Beatrice und lehnte sich an Florians Schulter. Ja, das war es, stimmte Florian zu und legte seinen Arm um sie. Aber wir haben es geschafft. Und wir werden auch weiterhin alles schaffen, solange wir zusammen sind. Beatrice lächelte und sah Florian in die Augen. Ich liebe dich, Florian. Ich liebe dich auch, Beatrice, erwiderte Florian und küsste sie sanft. Diese Momente der Ruhe und Intimität halfen ihnen, ihre Beziehung zu stärken und die Herausforderungen des öffentlichen Lebens zu bewältigen. Sie wussten, dass sie immer füreinander da sein würden, egal was die Zukunft brachte. Die Fans waren begeistert von der Nachricht über das Wohltettigkeitsprojekt T und die romantischen Momente zwischen Florian und Beatrice. Sie sahen in den beiden das perfekte Paar, das nicht nur beruflich, sondern auch privat eine starke Einheit bildete. Ihre gemeinsamen Auftritte und das Engagement für das Projekt zeigten, dass ihre Liebe ehlhalber und tief war. Während die Fans weiterhin gespannt auf die nächsten Schritte von Florian und Beatrice warteten, genossen die beiden jeden Moment zusammen. Ihre Liebe war stark und unerschütterlich, und sie waren bereit, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli zeigt, dass wahre Liebe alle Hindernisse überwinden kann. Ihre Beziehung ist ein strahlendes Beispiel für Vertrauen, Unterstützung und gegenseitige Zuneigung. Die Fans können es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für dieses bezaubernde Paar bereithält. In einer Welt, die oft von schnellen Veränderungen und unerwarteten Wendungen geprägt ist, bleiben Florian und Beatrice ein leuchtendes Beispiel für Beständigkeit und wahre Liebe. Vielen Dank für's Zuschauen.